Georgia ist ein schönes Land, das ist bei vielen wohlbekannt. Aber Trump hat die Wahl dort knapp verloren, verlangte deshalb dreist und verfroren. Tut gefälligst genug Stimmen finden, sonst wird man siegendgültig schwinden. Ob das legal, ist doch egal. Hauptsache, ich gewinn die Wahl. Doch der Ex-Präsident erhielt eine Anzeige dort, war für ihn nicht der richtige Ort. Tja, so ist halt das Leben. Es tut nicht nur Erfolge geben. Mögen haben kurze Beine, Mügner kommt an kurze Leine, wird befestigt an Gefängnismauer. Waha zieht halt doch auf Dauer. Wollen wir hoffen, dass es wirklich so kommt und sagen können, die Waha zieht. Und nicht etwa die Wahrheit zieht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017